Peace Leute, was geht ab? Heute ein neues Video Calvin und Marvin Reaction. Ich wollte einfach mal kurz ihr Intro klauen, weil ich denke ich bin lustig. Haben wir jetzt geklärt, deswegen können wir jetzt auch rüber switchen in das Video. Let's go! Ah, Marvin wird jetzt da wach, oder was? Wir haben ja die letzte Folge gesehen, wo Calvin mit dem Game Master zusammen arbeitet. Anscheinend. Was passiert? Läuft die Kamera? Alter. Oh mein Kopf. Oh mein Gott, wo bin ich, Alter? Äh, bei Calvin zu Hause? Ah, ich bin bei Calvin? Ja. Was geht ab? Calvin? Calvin? Hm. Wo ist Calvin? Die Tür ist zu. Calvin? Oder? Oh nein. Ist das jetzt hier Escape Room oder was? Calvin hat mich ausgenockt letzte Mal. Was war mit Calvin los die ganze Zeit? Ich muss hier raus, Alter. Ich muss hier raus. Hey. Oh shit. Nein, ich bin hier eingespält. Calvin hat alles verriegelt. Ich bin hier eingespält. Calvin war richtig psycho das letzte Mal. Calvin? Bist du hier? Calvin? Bist du hier? Nein. Was wenn ich alleine hier bin jetzt? Du wirst du nicht machen? Nur die Kamera ist hier. Alter. Guck, Fernsehen. Regenken. Gua. Hey. Oh. Hä. Hä? glaube. Alles okay? Hä?hä?hä?hä?hä?hä?hä?hä?hä?hä?hä?hää.hä? Hey.EÄ?hä?hä?hä?hä?hä?hä? Okay? Junge? Einfach Teller reingeschoben als wenn frisse oder stirb. tones. was soll das? antworte jetzt. nein. was hat der mir gegeben? was zur drücke ist das? bro. einfach ein apfel und eine karotte. mehr kriegt er nicht. ist das jetzt mein essen oder was? sind wir hier im knast oder was? ja anscheinend schon. wir sind ja doch froh, dass du wenigstens noch couch und fernseh hast. bro. ich hab dich mit dem gamemaster gesehen, Junge. oh mein gott. ich hab extrem hunger. ich hab keine ahnung seit wann ich hier bin. wie lange ich jetzt hier bin, Alter. mein magen knurrt extrem. aber die fenster. ach du heilig. nicht mehr die fenster gehen auf, Alter. nein. man fühlt sich hier wie eine neue folge von prison break, Alter. ich glaub ich muss den essen. ich weiß nicht wie lange ich jetzt nichts gegessen hab. ich muss diesen apfel essen. ich will nicht wieder so schwach sein. ich fühl mich grad extrem schwach. ich muss das essen. Alter, was war mit calvin? was ist mit dem? ich glaub der gamer seit in den gehirn welche verpasst. das ist nicht normal. ich hab auch kein handy, kein nix. ich kann nicht mal in die kommentare gucken. was hier abgeht. ich hör die ganze zeit geräusche. wenn es nochmal abgeht, ich stürme direkt raus, Alter. ich hätte rausgehen können theoretisch. ich hätte calvin ausnocken können. hey. hey, Junge. so viel zum rausstürmen. was soll das? was machst du hier? rede jetzt. calvin, ich weiß du arbeitest mit dem gamemaster, aber sag jetzt was. ist der apfel überhaupt gewaschen? ist... calvin? oh, er hat geantwortet. weißt du wer ich bin? der apfel ist gereinigt für dich. calvin, weißt du wer ich bin? ich bin dein bruder. pro? der apfel ist in Ordnung. ok, mach die tür auf. ich hab den apfel gegessen. ich will den müll dir geben. den rest. der muss ja in den müll, sonst verschimmelt er hier. mach auf. jetzt kuscheln sie ne runde oder was? verdammte. ja, als ob calvin jetzt... was ist mit dir passiert? als ob er jetzt so schnell ausgenockt wurde. die ganze zeit. hm? oh. das an deinem hals? also ich glaub du wirst gesteuert von gamemaster aus. deinem hals muss abweichen. ja, das ist letzte folge doch schon aufgefallen. oh oh. jetzt kuscheln sie. ah, calvin hat sich befreien können. oh nein. oh nein. oh nein. musste warten bis er das nächste mal reinkommt. ich weiß jetzt was abgeht. calvin wird vom gamemaster gesteuert. oh mein gott. ich hatte es fast abgemacht. ich glaub dann ist calvin wieder normal. ich muss was abkriegen. calvin! komm mal kurz. ich muss auf Toilette. ich muss auf Toilette. als ob er jetzt kommt. ich muss auf Toilette. was will ich machen, alter? ich muss wirklich auf Toilette. calvin! hm. juckt nicht. ich esse jetzt diesen Apfel. wie komm ich hier raus jetzt, alter? man. Leute, meint ihr das vergiftet oder so? ich hab bisschen angst ihn zu essen. eigentlich will ich ihn nicht essen, aber ich hab hunger. ess ihn einfach. Leute, ich muss in hessen. ich war hunger sonst. ich weiß wann calvin wieder kommt. ok, ich beiß jetzt ab, Leute. sieht gut aus. oh. hat jedenfalls calvin nicht gelogen. hey. was ist mit ihr? ui. er hat mir ne maske reingesessen. mann, alter. mann, alter. mann, alter. ich hab's fast geschafft. bro! was soll das? er bürgt mir diese maske hier rein. junge! was soll das? was mit dem fernseher? was soll das? was soll das? was soll das? was mit dem fernseher? ich hab's ja nicht mehr aufbinden. 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 okay. okay. ähm. alter. ist halt wirklich jetzt hier er escape room, alter. ist ja wie jigsaw jetzt hier am start. der wird mir helfen. game master wirst du jigsaw? ich hab's ja nicht bekommen oder was. was soll das mit dieser maske? er hat ne neue maske. ich muss hier rauskommen, Leute, leben. weil sonst werde ich hier verrotten, alter. Boah, das kann doch nicht sein, dass der Game Master ist. Muffin einfach da verrecken. Bro, der muss ich doch erkennen. Als ob der mich hier verrotten lässt, Alter. Calvin! Calvin! Bro! Hey, du kannst dich doch nicht hier verrotten lassen, Junge! Calvin! Hallo! Hallo! Okay, ich muss alles absuchen, ich muss alles absuchen, vielleicht ist hier irgendwas versteckt. Verdammt, das ist schon... Er hat doch gesagt, der Apfel wird dir helfen. Der Apfel wird mir helfen, Alter. Ja, mein ich ja. Vielleicht ist da ja ein Schlüssel drin, reingequetscht worden oder so. Nein. Oder du wirfst ihn einfach Calvin an den Kopf. Geht natürlich auch. Oh! Was ist das? Was ist... Oh, was haben wir denn da? Irgendein Hinweis. Oh! Ist was drin? Oh mein Gott! Ist was drin? Oh! Oh nein, die Box ist zu? Tja, na logisch ist die zu. Oh, ich kann da rein... Oh! So einfach macht der Game Marker auch nicht. Für die Tür. Du hast einen Schlüssel, okay. Okay. Wir haben diese Box gefunden. Diese Box gefunden. Oh Mann. Okay. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich hab das Gefühl, der Sauerstoff geht mir hier aus irgendwie. Die Luft ist so dick. Rose muss ich beeilen. Hä? Okay. Okay. Ja, beeil dich mal. Oh mein Gott, die sind überall Klamotten, Alter. Ja. Das hat einen Schrank so an sich. Er hat mir noch einen Tipp gegeben. Der Apfel würde mir helfen. Ist die Schüssel da drin in dem Apfel? Ja, Bling. Okay. Okay, ich muss den lassen. Ich muss diesen Apfel lassen. Vielleicht ist da der Schlüssel drin, Alter. Das wäre doch viel zu einfach, oder? Ja, da musst du aber auch... Leute! Das ist ein Äpfel. Lol, das fällt dir jetzt erst auf? Bitte, 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 bitte. Oh, hier ist ein Loch drin. Hier ist ein Loch drin. Aha. Einfach die Escape Rooms hier am Start, Alter. Jetzt ist es der Falsche. Pass auf. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ah, ne, okay. Jetzt geh raus und verkloppt Kelvin. Ist das Kelvin? Leute, ich hoffe, der passt. Bitte. Nicht zu laut, Alter. Komm schon. Komm schon. Ich hoffe, ich weiß, dass wir das hören haben. Okay. 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 Und jetzt ist es hier zu Granny geworden. Das war's gut. Das war's gut. Das ist halt wirklich jetzt hier Granny am Start. Ich versuche aus dem Haus zu entkommen, während Granny rumläuft. Wäre geil, wenn Calvin jetzt noch einen Baseballschläger in der Hand hätte. Ich muss das Ding abnehmen. Warum stehen wir hier rum? Was redest du da? Du hast mit dem Game Master zusammengearbeitet. Oder du hast einen Chip anerkannt. Du hast hier gestreut. Ich bin gerade erschrocken, ne? Du hast hier gestreut. Was ist das jetzt? Wo soll denn dein Chip? Das war an deinem Hals drin. Oh mein Gott. Ja, oh ja. Hat der Game Master mir das reingepflanzt, oder was? Ich glaube, ich habe das gerade abgerissen. Wie das aussieht. Guck's ja. Boah. Das war an deinem Hals drin. Irgend so ein Chip. Oder lass ihn die Toilette runterspülen. Ich will nicht, dass ich wieder hier mal so ein Chip bekomme. Oh, das ist kontrolliert seit der Rodelbahn, Alter. Seit der verdammten Rodelbahn. Seit der Rodelbahn? Ja, da kam der Game Master. Das warst du, Junge. Du kamst mit dem Maske, hast dich attackiert. Du weißt das überhaupt noch. Seit der Versteuerung ist wie schwarz. Ja, da warst du immer. Ich weiß nur, dass wir zur Rodelbahn waren. Ganz friedlich. Danach kam es ja normal an. Ja, seitdem habe ich auch noch ein Blackout. Kurz gesteuert. Wie ein Filmbriss habe ich seitdem. Alter. Alles klar. Ey, jetzt ist kein Spaß. Weil wenn du dich nicht erinnern kannst, weißt du, wie schlimm das dann ist? Wie viele Tage habe ich schon was? Vielleicht wegen der Keller. Das ist schon immer noch, Alter. Ey, der will immer raus. Nein, der Tee ist wieder zurück. Der berühmte Tee ist wieder da. Man kennt es. Mit einer Tasse aus unserem Shop. Da ist auf jeden Fall gar nichts drin in den Tassen. Das sieht man. Link in der Beschreibung. Link in der Bio. Geil. Ich weiß nicht, was ihr gesehen habt von mir. Ich muss mir die Videos angucken. Endlich, ja? Du warst Psyche die ganze Zeit. Ich hab dich verfolgt, Bruder. Guck dir die Videos an. Hast du YouTube-Videos damit gedreht, wie du mich verfolgt hast? Ja, ich hab dich verfolgt. Du bist in irgendeinen LKW gestiegen. Ich denk mir, was geht ab? Wo bin ich denn? Auf einmal ist der Gamer mit dir ausgestiegen. Ihr habt irgendeine Übergabe genommen? Ja, der hat dir irgendwas gegeben. Was war das? Ich weiß es nicht. Ich war mir sehr geholfen. Ich weiß gar nichts. Alter. Digga, ich war... Er war doch mal im Körper, aber ich war nicht da. Bro, wir müssen es packen. Das geht zu weit. Digga, dieser Schiff, das ist gruselig. Das geht zu weit. Bruder. Oh mein Gott. Bro, du schmierst verrottet, Alter. Hey, scheiße. Das ist gruselig, ne? Der hat einfach unser Wohnzimmer hier zum Gefängniskammer für dich. Leute, was meint ihr? Sollen wir weitermachen mit dem oder nicht? Das macht aber keinen Spaß mehr. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst du keinem... Ja, es ist doch sowieso immer weitermachen. Ja, meine ich ja. Sollen wir überhaupt mit dem weitermachen, Leute? Aber das zeigt einer, egal was er bekommt, es ist sauber, fertig. Leute, wir grüßen euch noch jemanden jetzt. Wir hoffen immer auf euren Support. Oh, ehrlich. Das ist crazy, Alter. Kannst du keinem erzählen? Das finde ich nicht komisch, bin ja. Das ist so komisch alles. Wenn ich mir klarkomme. Und noch schöne Grüße an Streichmeister. Fan, du hast die Glocke gesagt, danke, danke. Wenn ihr auch von uns grüße und wollt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, Daumen hoch geben und in die Kommentare. Glocke aktiv schreibt nicht mit Hashtag, weil die werden nicht angezeigt. Einfach nur eurem Kommi und dann Glocke aktiv. Bruder, ja. Ganz komisch. Also ich bin froh, dass du wieder der Alte bist. Ja. Ich bin einfach froh, dass ich geschafft habe, dir das Ding abzunehmen. Ich bin auch froh, dass mich befreit hast. Allein diese fehlenden Tage zu ab, ist so schräg. Also sollen wir, Leute, sollen wir aufhören mit dem Game Master oder nicht? Es geht so oder so weiter. Das weiß ich jetzt schon. Aber wenn wir aufhören, das ist echt ein cruelty Ding, ne? Schreibt es in die Kommis. Ja. Ja, Mann. Gebt einen Daumen hoch, wenn es weitergeht. Kommentiert auch eure Meinung. Jetzt lädt ihr alles durch, weil es ist hier schon echt nicht ohne. Es wird echt zu viel langsam. Ja, Mann. Wir trinken hier noch unseren Tee, Leute. Wir sind für heute raus. Der berühmte Tee. Jemand kennt ihn. Aber das war's. Okay. Wir haben es geschafft. Das nächste Video wieder. Mal gucken, wann es weitergeht. Je nachdem. 3 Uhr nachts Videos oder Game Master. Wird dann drauf reagiert die Tage irgendwann. Je nachdem, wie ich Zeit habe. Also bis zum nächsten Video. Ciao.